Rattenspaß die zweite. Unsere Dickies sind halt relativ alt geworden und da wir natürlich nur noch zwei Dickies haben, da leider Dex, unser Süßer, leider weggegangen ist, haben wir uns entschieden, dass wir uns noch neue Kleinies holen. Diese neuen Kleinies ist unsere neue Ratten-Gang. Nicht wundern, meine Stimme ist heute kaputt, morgig wieder arbeiten, aber es ist trotzdem scheiße. Gut, unsere Kleinies dürfen schon ein bisschen ins Gehege gehen und ein bisschen freiwillig umherlaufen, allerdings sind sie noch nicht so handsam, wie wir gewünscht haben. Die sind noch sehr klein, die sind vielleicht eine Handbreit groß, weil das noch fünf Wochen, jetzt mittlerweile die sechste Woche alt. Die Kleinen müssen also noch ein bisschen werden. Dann wird es noch schwieriger, wir müssen die Vergesellschaftlichung schaffen in Bezug darauf, dass die mit den Alties noch zurechtkommen werden. Das wird auf jeden Fall viel Arbeit sein, aber wir freuen uns schon drauf und damit könnt ihr euch uns die ganz, ganz kleinen Mini-Dinger mal anschauen, was die so treiben. Das ist schon mal. 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 Bis zum nächsten Mal.